Um in dem Bosch Rexroth IoT Gateway bereits bestehende Bundles zu bearbeiten oder neue Bundles nachzuinstallieren, wählt man im Menü den Reiter Bundles aus. Dort sind alle aktuell auf dem IoT Gateway installierten Bundles mit aktuellen Informationen über das jeweilige Bundle sowie Zustand aufgelistet und können beliebig hinzugefügt oder abgeschaltet werden, wie hier am Beispiel der App SysDevices zu sehen. Nach Betätigung des Reiters Configuration muss die Auswahl über Apply bestätigt und die Startseite neu geladen werden. Dies ermöglicht außerdem eine beliebige individuelle Konfiguration des Bosch Rexroth IoT Gateways. Ebenfalls ist es möglich, neue oder eigene Bundles nachzuinstallieren. Dabei sollte jedoch auf die Sicherheitshinweise von Bosch Rexroth geachtet werden. Nach Zustimmung der Sicherheitshinweise kann über Browse ein beliebiges Bundle von dem eigenen PC ausgewählt werden. In diesem Falle das Bundle Array Picker. Anschließend wird die Installation auf dem IoT Gateway über Install ausgeführt und das neue Bundle ist zur Anwendung bereit.